herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte von thüringen jetzt unsere arbeit fort mit den düngen des feld 54 restarbeiten dazu stellen wir den fahrer ein kontrolle ob da noch viel zu düngen ist ja ist noch ein rest es ist was zu tun noch nie reif überlegen voll müsste irgendwie jetzt noch die wiese ist die wiese schon so weit ist noch gelb und sie noch nicht aber wir können einen kurs abfahren die wiese ja größer als wir bisher genutzt haben das war heftig hier was wir dann gefälle haben das wollen wir nicht verschwinden das wollen wir dann hinterher du musst eh näher wie wir aufsammeln ne das war Vielen Dank. 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 Ja. 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 Warten, stehen lassen. Ja. 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 gut entlassen dann fahren wir den Bursch mal zurück zum Bursch, dann können wir das mal auf aufzeigen stellen genau wie zur Nacht, das ist blöd ja we're doing we're doing das ist großartig so jetzt werden wir nachher das viel fällt Unterholen, komplett. Mal schauen, wo das Besten Ladewaren kauft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oops den parker hier vorne ein platz der streuer und traktor hier bleiben können wir gleich den nächsten holen und zwar und zwar flattenschutzpattelspratze kann da rein Vielen Dank. 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 Ein bisschen einschlafen. Ein bisschen einschlafen. Das ist gut. Ein bisschen einschlafen. Das werden wir verkaufen wahrscheinlich. Okay. So... 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 So...